Für Ex-Sommerhaus-Teilnehmerin Katta fing hier vor einem Jahr alles an. Auf Sam Dylans Halloween-Party lernte sie Reality-Star Erik Sindermann kennen. Trauriger Höhepunkt ihrer Beziehung, Zoff und Trennung vor laufenden Kameras im Sommerhaus der Stars. Das Sommerhaus selber fand ich nicht schlimm. Also das, was danach kam von Erik, dieses ganze Gehetze, das Mobbing. Er hat offiziell ein Friedensangebot geliefert, aber ich sehe ja, wie es nicht offiziell noch so weiterläuft. Ich kriege jeden Tag Chat-Verläufe zugeschickt, wo er Falschaussagen immer noch tätigt. Er hört nicht auf, weil er hat ja nichts anderes zu bieten. Hat sich jemand mal über seine Mode oder über seine Musik unterhalten? Nein. Getrennt sind Erik und Katta also nach wie vor. Verarbeitet und abgehakt scheint ihre Beziehung noch nicht. Könnte dann nicht ein neuer Flirt helfen? Ich bin nicht darauf aus, jemanden heute kennenzulernen. Aber natürlich, wenn sich was Schönes ergibt, dann ergibt sich was Schönes. Aber kein Mann mehr mit Krone. Ich suche nur noch Männer mit Niveau. Es hat eben jeder so sein Beuteschema. Okay. 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 Bis zum nächsten Mal.